Hi! Ciao! Herzlich willkommen zum Wintervideo. Ja, wie beim letzten Mittwoch und ich dann noch an drei Tagen habe ich mir gedacht, muss ich eben noch Videos, weil ich noch ein bisschen Puffer braucht, damit sich mein Hirn sich in Ruhe erholen kann und es wieder zu retten kann. Und ja, deswegen mache ich auch hier diese mini kleinen Videos, damit es ein bisschen was von mir zu sehen ist. Und ihr wisst, ich lebe noch und mir das einigermaßen tut. Ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Es kommt jetzt noch ein Video, wo ich so knödel und dann hoffe ich, dass es dann beim nächsten Video wieder funktioniert. Wundert euch übrigens nicht, also die, dass ich das noch Videos habe, wo ich nicht knödel, weil ich habe noch die Sterfel da, die habe ich noch die jetzt halber gedreht, aber die haben halt nicht, die reiten nicht auch so zeitlich. Für mich doch. Weil ich denke, ich denke eigentlich gerade gar nichts. Und ja, ich bin... Also dann, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, tschüss! Und dann, tschüss! Und dann, tschüss!